1, 2, Tipp. 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 Die Dame wird weggeschickt. Wir gehen in eine halbe Brezel. 1, 2, Tipp. Die Dame geht aus. Kommt zurück. Für das Rücken-an-Rücken-Teilchen noch mal ganz kurz erklärt. Die Dame geht weg. Wir gehen in eine halbe Brezel. Jetzt gehen wir beide einen Schritt nach vorne, einen Schritt rückwärts und tippen. Die Dame geht aus und kommt zurück. Zweiter Hinweis. Die Hände. Es geht erst die Hand hier am Hand links, dann rechts nach unten. Dann gehen die Hände für die rechte Hand, die beiden für die linke Hand nach oben. Die linke Hand zieht. Die Dame dreht. Die Dame kommt zurück. Fertig ist die Figur Rücken-an-Rücken.